Mein Name ist Dominik Benz, ich bin Schreinermeister und Inhaber der Schreinerei Benz hier in Hennef. Wir sind seit etwas über zehn Jahren hier ansässig. Wir sind von Anfang an mit dem Emanuel Weber. In den letzten zehn Jahren hat sich gezeigt, dass auch in schwierigen Situationen, bei Schadensfällen oder anderen Situationen, wie beispielsweise im Preisvergleich, man dort sehr gut beraten ist. Wir als Firma Landsberg sind seit über 25 Jahren zufriedene Kunden. Der Signal Iduna von Emanuel Weber. Die Zusammenarbeit mit ihm ist unkompliziert. Er berät uns individuell und wir sind froh, ihn als Versicherungspartner an unserer Seite zu haben. Die Hauptmotivation in meinem Beruf ist es nicht nur die Thematik rund um das Thema der Finanzen, sondern dass man am Kunden arbeitet. Das heißt, man ist nicht nur beim Vertragsabschluss für den Kunden da, sondern auch in der Schadensituation. Wir sind regelmäßig beim Kunden vor Ort. Wir haben Kontakt zum Kunden und das macht den genauen Unterschied. An meinem Job motiviert mich, dass wir unsere Kunden über einen ganz langen Zeitraum begleiten. Das bedeutet, man wächst zusammen, man hat eine Beziehung zu seinem Kunden. Es ist keine Anonymität da. Diese persönliche Ebene und dadurch auch dieser besondere Servicegedanke, der motiviert mich sehr. Mein Name ist Manfred Knopp, bin Fotojournalist und seit über 40 Jahren werde ich in Aliduna. Ich habe sehr viele Wirtschaftsminister begleitet. Durch meine vielen Auslandsreisen, die ich gemacht habe, war es also für mich immer wichtig, dass ich eine gute Versicherung habe und die Bezirksdirektion Emanuel Weber mir immer hilfreich zur Seite stand. Wie geht das? Gut, Entste ist Gottes. Untertitelung des ZDF, 2020